Hallo Leute, das hier ist Radio JuniGon Air, ich bin der Wieland und das ist ein Deadmau5-Mix. Allerdings ist das heute ein spezieller, denn der kommt von Kapo Jabba. Er ist einer der größeren Namen im, naja, sag ich mal, YouTube Deadmau5-Mixing-Game, wenn man das so nennen will. Ich hab ihn gefragt, hey, hast du Lust den Mix für uns zu machen? Er hat gesagt, na klar, auf geht's und dabei ist dieser Mix entstanden. Ich hoffe, er gefällt euch. Wenn er euch gefällt und ihr mehr davon hören wollt, der Kapo Jabba, der hat ein YouTube und ein Soundcloud, wo es noch mehr solcher Mixe gibt. Ansonsten kann ich nicht viel mehr sagen als, ich hoffe, es gefällt euch und genießt diesen Deadmau5-Mix. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Tschüss.